Warum ist es für Sie als Internet-Marketer eigentlich so wichtig, im World Wide Web so bekannt zu werden wie ein bunter Hund? Nun, vor gut 100 Jahren ist einem damals sehr erfolgreichen Versandhändler sein Unternehmensgebäude abgebrannt, bis auf die Grundmauer. Alles, aber auch alles war ein Raub der Flammen geworden, bis auf das Wichtigste, seine Karteikasten und sämtliche Kundenadressen, denn den hatte er noch. Und das ließ den buchstäblich abgebrannten Unternehmer den Verlust seines Gebäudes überaus gelassen sehen, denn mithilfe seiner Adressen konnte er rasch wieder neues Geld hereinholen. Deshalb ist Bekanntheit das A und O für Sie, wenn Sie im Internet Geld verdienen wollen. Sie brauchen Kontakte zu Leads, Kunden und Käufern. Und je mehr Kontakte Sie aufbauen, desto mehr Gelegenheiten zum Geldmachen bieten sich Ihnen. Lassen Sie sich helfen, von meinem Ratgeber bekannt wie ein bunter Hund im Internet. Entdecken Sie, wie einfach es ist, immense Besucherströme beispielsweise auf Ihren Online-Job zu lenken. Und das ohne Spezialkenntnis im Internetprogrammierung, ohne externe Spezialisten, ohne teure Tools. Lernen Sie in leicht verständlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie eigenhändig der Liebling der Suchmaschinen werden, wie Sie Spitzenreiter im Webkatalogen, Artikelportalen oder anderen Verzeichnissen werden und wie Sie zu effektiven Empfehlungen kommen. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Magikartemoop Da Leo Ich meine dasselige Wolken